Herzlich Willkommen zu einer Non-Fug-Verordnung. Heute soll es mal um das Thema Trio und Trio-Arena gehen und warum man sich eventuell nicht zu sehr darauf konzentrieren sollte, ein Trio zu finden. Und ich werde euch dann auch noch erklären, warum ich persönlich mir noch kein Trio gesucht habe. Ich hoffe, euch gefällt natürlich das Video und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf dem Kanal verpasst wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dem Video und wie ihr es ja sichtlich wisst, ist es zur Zeit so, dass wir Arena Trio ja schon als spielbare Modus hier drin haben. Das Ganze ist ja auch mittlerweile schon seit zwei Wochen drin. Ursprünglich soll es ja eh mal kurz vor der neuen Season veröffentlicht werden. Allerdings durch die Season-Verlängerung ist das Ganze jetzt natürlich um einiges nach hinten verschoben worden. Und trotzdem haben sich eh mal schon sehr, sehr viele Trios gesucht, obwohl wie gesagt zur Zeit eben halt noch keine Trio Cash Cups tatsächlich sind. Und ab der nächsten Season, irgendwann so wahrscheinlich in der zweiten Woche, wird es dann ja erst die ersten Trio Cash Cups geben. Ich glaube nicht, dass schon nächste Woche in der Release Woche von Season 3 tatsächlich die ersten Cash Cups stattfinden werden. Ich glaube, da gibt es ja häufig meistens noch zu viele Bugs. Die Map wird dann ja komplett neu wieder sein und deshalb bin ich mir sehr, sehr sicher, dass dort keine Trio Cash Cups sein werden. Also können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie allerfrühstens in der zweiten Woche von Season 3 sein werden. Also erst in frühestens zwei Wochen. Und bis dahin ist es natürlich noch eine ganze Zeit und in der Zeit versucht man natürlich trotzdem möglichst viel zu trainieren, auch wenn man gerade keine Cash Cups hat. Und wie ihr es tatsächlich wisst, wenn man auf der Suche nach einem Trio ist, braucht man relativ lange, wenn man auf irgendwelchen Discord sucht und dort eh mal nach Mates guckt. Da sind häufig keine Vernünftigen tatsächlich dabei und man muss sich eh mal sehr, sehr stark darauf konzentrieren, mit denen klar zu kommen. Und kann sich gar nicht so aufs eigene Gameplay konzentrieren. Im Gegensatz, wenn man eine Runde Arena Solo einfach so spielt, dann ist das deutlich, deutlich entspannter. Und ich würde sagen, wir gehen auch einmal rein, damit ihr ein bisschen Gameplay seht und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin jetzt hier in der Runde drin und was auch ein extrem großer Vorteil zur Zeit von Arena Solo ist, dass ihr zum einen keine Sorge habt, irgendeine Punkte zu verlieren, weil die so oder so in einer Woche resettet werden und dann sind die Punkte so oder so komplett egal. Es wird keine Champion Events mehr geben, das heißt, die Punkte sind wirklich in dieser Season maximal egal und ihr könnt einfach die Punkte droppen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt einfach auf alle Gegner W-Kean, ihr braucht dafür keine Sorge haben. Und zudem ist es auch so, dass man zur Zeit wirklich, dass man zur Zeit extrem schnell in Arena Solo Runden reinkommt. Man hat kaum Wartezeiten. Manchmal war es ja sonst so, dass man ein bis zwei Minuten tatsächlich warten musste, bis man in die nächste Runde kommt. Und zur Zeit geht das eben halt wirklich extrem schnell, was eben halt auch ein extrem großer Vorteil an Arena Solo ist. Und damit kann man natürlich dann auch einfach, wenn man stirbt, direkt rausgehen, wieder in die nächste Runde reingeben. Wenn man selbst gestorben ist, muss man nicht warten, bis die Mates dann auch irgendwann tot sind oder bis sie einen rebooted haben. Und so hat man auf jeden Fall deutlich mehr Zeit, die man mit Fights, mit Gameplay verbringt. Und man hat eben halt keine so lange Wartezeit zwischen den ganzen Runden, was auf jeden Fall deutlich effektiver ist. Und zudem ist es natürlich, wie gesagt, so, dass wenn man im Trio ist, man sich immer sehr, sehr krass auf das konzentrieren muss, was die Mitspieler dann machen, muss versuchen, irgendwie so das Trio zusammenzubringen, damit erstmal sich einzuspielen. Wenn man eben halt persönlich nicht die besten Skills hat und nicht komplett krass ist, nicht so wie die Pros oder so schon unheimlich viele Earnings geholt hat, dann wird das natürlich schwierig, weil man, wie gesagt, einfach nicht die reinen Solo-Skills hat. Und man muss natürlich erstmal an sich arbeiten, bevor man mit irgendwelchen Mates spielen kann und dann eben halt dort erstmal guckt, was man dort vielleicht besser machen kann. Und deshalb, wie gesagt, ist es auf jeden Fall besser, Solo erstmal zu spielen und dann, was weiß ich, in der Woche vielleicht, wenn die neue Season dann kurz frisch rausgekommen ist, kann man sich ja auch dann ein Trio suchen. Hat immer noch genug Zeit, um sich mit dem Trio einzuspielen. Und vor allen Dingen hat man davor eben halt die Zeit, wo man sich als Solo tatsächlich vernünftig einspielen kann. Und ja, finde ich auf jeden Fall deutlich besser, muss ich sagen, als wenn man dann sich direkt jetzt schon ein Trio sucht. Und ich finde, man trainiert auf jeden Fall um einiges besser. So weit auf jeden Fall dazu. Was auch ein weiterer Vorteil bzw. Nachteil an Trios ist, dass man auch häufig ja dann auch die Mates hat, die eben halt dann auch immer versuchen, möglichst viel Zeit als Trio zu verbringen. Und deshalb ist es so, dass man natürlich als Trio dann auch eher dazu gezwungen ist, viel Trio Arena zu spielen. Vielleicht aber gerade nicht relativ spät, erst online kommt, nicht so viel Zeit hat. Dann ist man auch eher dazu gezwungen, tatsächlich Arena zu spielen und vergisst dann vielleicht so manchmal das Warm-Up. Und dadurch kann man natürlich auch deutlich ineffektiver trainieren. Und das ist eben halt auch, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Nachteil an Trio und Trio Arena. Und deshalb hätte ich auf jeden Fall versucht, das Ganze zu vermeiden, zumindest in dieser Zeit. Wie gesagt, wenn ihr schon krass gut seid, dann braucht ihr es natürlich nicht, dann ist das relativ egal. Aber ansonsten in allen anderen Fällen hätte ich auf jeden Fall, hätte ich mich erstmal, wie gesagt, auf Solo Arena konzentriert, auf Solo, ähm, One in Ones eben halt und so weiter und mich dort eben halt erstmal drauf fixiert. Das versuchen als einzelner Spieler tatsächlich gut zu können. Und danach kann man sich ja eben halt immer noch auf den ganzen Rest konzentrieren. Und, ja, wie gesagt, das war ich zur Zeit auch. Man braucht immer keine Sorge haben, dass man Punkte irgendwie droppt oder so. Und damit ich eben halt auch wirklich vernünftig trainiere, habe ich mir persönlich eben halt auch noch kein Trio gesucht. Weil eben halt, wie gesagt, wenn man ein Trio hat, eventuell man manchmal spielen kann. Allerdings dann auch sehr krass dazu gezwungen ist, tatsächlich als Trio zu spielen. Und darauf habe ich eben halt ehrlich gesagt keine Lust. War auch genauso in den ganzen vorherigen Seasons, wo ich eben halt mit meinem Duomate gespielt habe. Und dort hat man sich eben halt auch kaum auf die reinen Solo-Skills konzentriert. Und deshalb habe ich Solo nie trainiert, habe ich Solo-Arena eigentlich fast nie gespielt. Und das war eben halt wirklich ein großes, großes Problem. Und deshalb versuche ich das dieses Season dann anders zu machen. Und ich merke schon, dass man deutlich, deutlich schneller einfach so trainiert. Und ich finde, es ist einfach im Generellen deutlich, deutlich effektiver. Und deshalb hätte ich euch das auf jeden Fall allen auch empfohlen. Ein kleiner Vorteil ist außerdem noch, wenn man jetzt erstmal etwas Solo spielt, ist, dass man dann nach natürlich dann, wenn man vielleicht in Scrims immer gut abgeschnitten hat, dass man das dann zeigen kann. Und so kann man natürlich dann deutlich leichter auch Mates finden. Und das ist natürlich auch ein ganz guter Vorteil, weil man ja zur Zeit dann eben halt, wenn man noch nicht ganz so viel gespielt hat, auch logischerweise natürlich nicht ganz so gute Mitspieler suchen kann, weil die natürlich dann auch mit guten Mitspielern spielen wollen. Und deshalb, wenn man eben halt jetzt, wie gesagt, erst in der Solo Arena crankt und dann eben halt so schreiben kann, ich mache viele 20 Bombs oder ab und zu auch mal 20 Bombs in der Arena, dann wird das natürlich deutlich besser bei den Mitspielern ankommen. Und wie gesagt, dann wird es deutlich leichter auch ein Trio zu finden. Und ihr braucht auch keine Sorge haben, dass irgendwann keine Mates mehr verfügbar sind, weil es eigentlich immer, es gibt einfach immer genug Mates. Also da werden immer sich irgendwelche wieder splitten und so. Also wie gesagt, da braucht man auf jeden Fall gar keine Panik zu haben, dass man nicht eventuell gar keine Trio dann tatsächlich mehr findet. Und ja, wollte ich noch kurz ansprechen. Auch eine Sache, die ich jetzt übrigens habe, hat jetzt zwar nichts mit dem reinen Video zu tun, allerdings habe ich jetzt mir tatsächlich einmal die Adobe Creative Cloud gegönnt. Und deshalb schneide ich zur Zeit natürlich auch schön immer meine Videos. Und ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall. Würde mich mal freuen, wenn ihr euer Feedback zu meinem Schnittstil in die Kommentare schreibt. Ist auf jeden Fall deutlich entspannter und ich glaube, ist auch besser, wenn ich da manchmal Sachen rausschneide. By the way, deshalb sind die meisten Videos auch so ungefähr 10 Minuten immer lang. Normalerweise wären die eben halt sonst eher so Richtung 13 Minuten lang. Aber dadurch, dass ich dann eben halt immer relativ viel rausschneide, irgendwelche Versprecher und so, die eben halt sonst sehr, sehr störend wären, werden die dann eben halt immer etwas kürzer. Und ja, auf jeden Fall euer Support in den letzten Tagen auch wieder extrem krass. Und by the way, wir haben mittlerweile fast eine 4er CPM. Das geht einfach zur Zeit so extrem hoch, was auf jeden Fall extrem krass ist. Und ja. Das war es ja mal wirklich an der Stelle absolut komplett, dass ich einfach den Jump verkacke und dort runterfalle. Oh mein Gott. Das war ja so lost, Alter. Mein Loot war so krass. Ich habe es so reingechokt. Holy shit. Holy shit. Das war es wirklich maximal komplett. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne wie immer Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.